Willkommen zurück bei unserer Git-Einführung. Wir haben vorher Git-Status angeschaut und was die Ausgabe davon bedeutet. Und jetzt wollen wir mal Sachen mit Git-Add hinzufügen zum Repository. Im vorherigen Beispiel hatte ich die Datei License drin, die noch untrackt war. Und wenn ich jetzt eben die dem Git-Repository hinzufügen möchte bzw. dem Staging-Bereich, gebe ich den Befehl Git-Add-License ein und dann ist das vorgemerkt für den nächsten Commit. Das ist jetzt von der Kommandozeile abhängig, das ist kein Git-Feature. Ich kann auch sogenannte Wildcards verwenden. Zum Beispiel bei der Bash Stern.c, dann werden alle Dateien mit der Endung .c hinzugefügt. Also dieses Stern ist so eine Wildcard. Es gibt auch fortgeschrittene Patterns, zum Beispiel wenn ich im Unterordner .utils alle Dateien mit der Änderung .c hinzufügen möchte, kann ich dieses Muster hier verwenden. Das ist jetzt Shell-spezifisch. Das müssen Sie nicht wissen, also nicht können. Es ist einfach gut, wenn Sie wissen, dass es das gibt, wenn Sie mal viele Dateien nach einem bestimmten Muster hinzufügen wollen. Mit Git-Add-Stern können Sie sämtliche Dateien im Arbeitsverzeichnis in den Staging-Bereich überführen. Passen Sie auf, Sie wollen nicht unbedingt alle Dateien drin haben. Zum Beispiel wenn Sie ein C-Sharp-Projekt haben, ist irgendwo im BIN-Unterverzeichnis eine Exe-Datei drin auf Windows oder eine DLL-Datei drin und die gehört nicht ins Git-Repository. Erstens, weil es zu gross wird und zweitens, weil man binäre Dateien schlecht vergleichen kann. Die Faustregel ist, sämtliche Artefakte, die Sie aus dem Code erzeugen können, gehören nicht ins Repository. Dort genügt der Code. Der Code ist kompakter, den Code können Sie vergleichen, also verschiedene Versionen davon mit Git. Dort ist es sinnvoll. Achtung, es kann auch sein, dass Sie manchmal, wie ich das mache, vielleicht Text schreiben, dann ein PDF daraus generieren und manchmal lege ich das PDF trotzdem ins Repository ab. Also sehr pragmatisch. Aber bei Programmierprojekten, binäre Dateien gehören zum Beispiel nicht rein. Also aufpassen mit Git-Ad-Stern, fügen Sie nur das hinzu, was Sie wirklich brauchen. Wir üben das gleich mal, Aufgabe 4. Ich gehe zurück in die Git-Bash. Und was steht da? Führen Sie den Befehl Git-Ad auf die Dateien foo.txt und bar.txt, aber nicht auf kooks.txt aus. Ich mache nochmal Git-Status, sehe da, ich habe da verschiedene Dateien neu angelegt und ich mache jetzt den Befehl Git-Ad auf foo.txt. Ich kann in einem Befehl, also entweder jetzt ein foo.txt nehmen und return drücken und dann bar.txt nehmen und nochmal return drücken. Ich kann es aber auch im gleichen Befehl angeben. Ich mache es jetzt einfach zweimal. Git-Ad foo.txt, Git-Ad bar.txt. Hier bekomme ich noch eine Warnung wegen Zeilenendungen, das haben wir bei der Installation so konfiguriert, das können Sie ignorieren. Git macht das richtig für Sie. Also hier geht es um Linux versus Windows. Gehen wir nicht in die Details. Git handelt das. Also wir haben es jetzt hinzugefügt. Zweitens finden Sie nun der Befehl Git-Status-Short aus und betrachten Sie die Ausgabe. Ich habe noch eine kleine Nachricht bekommen. Jetzt eben Git, ah, Fokus verloren, Short und ich sehe jetzt da, bar und foo sind im Staging-Bereich added. Cooks und Aufgabe 3 sind immer noch untrackt. Jetzt wollen wir den Status-Befehl nochmal ausführen. Also führen Sie diesen Befehl erneut aus und leiten Sie die Ausgabe in die Datei Aufgabe 4.out weiter. Aufgabe 4.out. So. LS wurde erzeugt. Aufgabe 4.out. Welche Unterschiede fallen Ihnen gegenüber Aufgabe 3? Aufgabe 3.out auf. Dokumentieren Sie diese in der Datei Aufgabe 3.4.div.txt Okay. Wie machen wir jetzt das? Am besten geben wir einfach mal die Dateien mit cat wieder aus. cat Aufgabe 3.out und cat Aufgabe 4.out. Also das sind die Unterschiede. Erstens natürlich Aufgabe 4.out wurde erzeugt. Aber wichtiger ist hier bar und foo sind nicht mehr untrackt. Bar und foo sind nicht mehr untrackt, sondern jetzt haben ein A-Links wie added oder staged. Interessant ist auch, bar und foo sind jetzt weiter oben. Also es ist nicht nach Dateiname sortiert, sondern eben auch nach Zuständen. Und jetzt nehmen wir mal den cat-Befehl, um das Ganze zu dokumentieren. Wir schreiben das nach Aufgabe 3.4.div.txt Erstens die Datei Aufgabe 4.out ist hinzugekommen. Zweitens die Dateien foo.txt und bar.txt oder umgekehrt in der Reihenfolge sind nicht mehr untrackt, sondern staged. Ctrl D. Damit beende ich das. Datei Aufgabe 3.4.div.txt wurde angelegt. Das wäre auch schon diese Aufgabe gewesen. Macht dann gleich weiter mit dem nächsten Thema. Bis dann.